Hallo, mein Name ist Jumbo Schreiner und ihr kennt mich vielleicht aus dem netten TV-Magazin Galileo auf ProSieben. Bei uns ist die Welt noch in Ordnung. Allerdings, wo die Welt nicht in Ordnung ist, das ist Nepal. In Nepal gibt es nämlich noch die Lepra. Ja? Habt ihr nicht gewusst? Ist aber so. Und die Lepra, das ist eigentlich eine schlimme Krankheit. Und jetzt haben sich vier mutige Filmemacher entschieden, einen Film über die Lepra in Nepal zu machen. Das kostet natürlich extrem viel Geld. Manpower und Zeit haben die Jungs. Nur die Kohle, die ist knapp. Und hier kommt ihr ins Spiel. Gebt eurem Herzen einen Ruck und spendet Geld für das Unternehmen Losing Touch. Ich finde, die haben es verdient, dass man sie unterstützt. Ich finde, die haben es verdient, dass man sie unterstützt.